Die Runde hätte nicht uns spektakulärer beginnen können. Wir waren alleine in Yasnaya-Polyana, unser Equipment war ausgezeichnet, jedoch fehlte es uns an jeglicher Early-Game-Konfrontation. Nichts ahnend bin ich also in den blauen Dacia eingestiegen mit dem Plan, wie wärs wenn wir die Brücke abcampen? Dann los geht's. Das hängt schon aus dem Grund, weil ich gerade eben nur einen Kill geholt habe in Yasnaya, allerdings ein nicht ganz gutes Equipment habe. Ich möchte ja nicht einfach nur gewinnen, ich möchte ja mindestens mit zehn Kills gewinnen, werde ich jetzt volles Rohr auf die Brücke donnern und werde mich beschießen lassen und werde versuchen das Duell gegen den Typen zu gewinnen, der mich beschießt. Wenn er ein guter Schütze ist, bin ich tot, weil ich gehe davon aus, dass er nicht gut ist. Was ist denn? Gott verdammt Und da ist ein Pfeuerbach, nice, dankeschön Und da ist ein Pfeuerbach Hier hatte ich spätestens das Vierfach gefunden, was ich nehmen wollte Wow 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 Mehr Wow Mehr Deswegen habe ich 300 M4 Schuss dabei, Streamchat, okay? Warum nehme ich immer so viel Munition mit? Wegen solchen Sachen, Streamchat, okay? Okay Jemand einen Dreierhelm hier zufälligerweise und eine Dreierwestel? Da ist noch einer Ich glaube, der hat kapiert, was abgeht Oh shit Ei, 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 ei Meine Fresse Ach du Wie viele Autos sind denn hier? Ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt da hinten jemand wartet Und einen Hinterhalt auf mich macht Was? Warum sind hier, ist das verdeckt denn hier? Ach so, das ist ein, ach der ist kaputt? Check mal mal ab, was der hier hat Vielleicht hat er meine Level 3 Weste Oder mein Level 3 Hut Oder mein Sniper Rifle Der hat zwar ein Sniper Rifle, aber Aber Scheißdorf Heilige Scheiße, Alter Was ein Runde, ernsthaft? Dann natürlich noch, als ich gesagt habe Hey Wir haben so schlechten Loot bekommen Dass ich jetzt einfach auf die Brücke Yolo Oh je Das ist Jetzt kann alles schief gehen Was? Nein! Nicht so! Nicht so! Nein! Warum konnte der mich da treffen? Wo war der denn? Wo war der denn? Wo war der denn? Dass er mich da treffen konnte? Wo war der denn? Oh, ich habe so verkackt Ah, hat der unter dem Auto her geschossen oder über ein Auto? Oder ist die sink? Unmöglich, oder? Wie auch immer Es war eine gute Runde, ey Hat Spaß gemacht Schade, dass das Ding da nicht drin war, ey Ah, vor allem wir hätten da noch gut Kills holen können, ne? Noch 4 Stück waren noch drin Fuck, Alter Und genau so endet die viel lange Prisengeschichte Und wenn ich die Stimme weglasse Die Runde geht mir echt ans Herz Wie wärs wenn man einfach die führende Meinung von qualifizierten Filmkritikern Nehmen wie zum Beispiel Peter Und nutzen einfach die Videomagie aus Und führen diese Runde fort In einer anderen Runde die ich gespielt habe Wo eben auch die 13 Kills erlangt worden sind Mit anderen Worten Ich schicke euch jetzt einfach Von diesem epischen Video in eine andere Runde rein Und wir gucken einfach wie die Runde endet Und möglicherweise kann ich dann besser einschlafen Und dieses epische Intro Hat ein episches Ende gefunden Und 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 Viel Spaß Shit Shit Jetzt fängt so ne kritische Phase an hier Mal da Der Typ den ich grad eben gesehen hatte und die ganze Zeit gecallt hatte Wie ich angesprochen hatte Das ganze fucking Feld ist verpestet von Leuten Ein bisschen Schiss von gelben Häusern gerade Keine Ahnung wo der ist man Müssen jetzt ein bisschen ne Zone Games spielen euch das Gefühl Game of Zones boys Weil ich keine Ahnung hab wo der Typ hier vor mir ist Der kann irgendwo da irgendeinen abgefickten Busch sein Tut mir leid wenn ich das formuliere Steam Chat Sorry wenn das zu vulgär ist für euch man Sehen nicht Könntet dann Heuballen da oben sein Und jetzt sich versteckt haben Könntet überall sein man Ein bisschen Schiss das mir gleich hier mit dem Rücken fällt Weil meine Pose ist wirklich nicht gut Gucken wir mal Jetzt brüll ich mehr oder weniger danach Hey ich bin hier Wo seid ihr Das ist alles andere als gut wo ich hier gerade hinten bin Leg mich jetzt ernsthaft hin Weil ich erstmal Checken muss was abgeht hier um mich herum Wo steht hier noch irgendwo jemand in meine ungefähre Richtung Bin ich hier alleine Bin ich abgeähmt aus den gelben Häusern Die Person die jetzt an der Küste ist hat die allerbesten Karten von allen Leuten Bin ganz ehrlich Ah da Die Person hatte super Karten Die hat sie verspielt Da vorne ist jemand am Busch seht ihr Am Stein am Stein Am Stein Oh mein Gott das ist meine Chance Go 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 Ich gegen den letzten One on one Von der hat mich gesehen So Und dann Ah, 17 Kills. Yes. Erste Runde des Tages. Yes. Krass, oder? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ah, wie hat es euch gefallen? Oh mein Gott, ey. Keines 20 Kills, ele-giggle. What the fuck? Fickt euch. 20 Kills. Wisst ihr, wie schwer das ist zu bekommen? Sorry, dass ich mit vollem Mundrede. Ich habe Salat im Klo stehen übrigens, muss nebenbei. Fragt mich nicht warum. Oh je. Ja. 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 Ja.